Musik Stehen Sie auch vor der Herausforderung, die wiederkehrenden Prozesse und täglichen Arbeiten ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu optimieren, effizienter zu gestalten, also schlichtweg ihr Unternehmen digital zu transformieren? Vor diesem Problem standen die Stadtwerke Lugano, kurz AIL. Gemeinsam mit der Mensch- und Maschine Infrastruktur baute die Firma auf Basis von MapEdit eine Lösung, mit der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schneller, effizienter und umfassender arbeiten können. Denn hierbei geht es nicht nur um die Kombination der Daten, sondern auch um aus allen Assets das Maximum herauszuholen. Und auf diesem Wege haben wir eine Referenz-Story gebaut, die Sie auf unserer Homepage herunterladen können. Die Stadtwerke Lugano Die Stadtwerke Lugano